Musik Rohrafte Installation und kontinuierliche Überwachung des Systems erlaubt der LPM2 dem Benutzer, kurzfristig auf zunehmende Verschmutzungen zu reagieren. Aufgrund seiner kompakten und robusten Bauweise lässt sich der LPM2 unproblematisch in bestehende Konfigurationen integrieren und ist dabei unempfindlich gegen äußere Einflüsse. Neben der Aufzeichnung und Anzeige von Messwerten besteht an schwer zugänglichen und einsehbaren Messstellen die Möglichkeit, ein separates Display anzuschließen. Auch die Anbindung in bestehende Maschinensysteme ist problemlos möglich. Zudem können Grenzwerte festgelegt werden, bei deren Über- oder Unterschreiten Signale an externe Geräte weitergegeben werden. Über die Modbus-CANBUS-Schnittstelle können die Signale direkt an Maschinensteuerung übergeben werden. Beide Baureihen erlauben die laufende oder nachträgliche Übertragung sämtlicher Messdaten über Schnittstellen an einen PC. Die Auswertung und tabellarische sowie grafische Aufbereitung erfolgt mittels der im Lieferumfang enthaltenen Software. Untertitelung des ZDF für funk, 2017